Deinem Fazit zu Digimon Adventure Doppelpunkt Psy Folge 20 Das siebte Kind erwacht Puh, was soll ich sagen? Diese Folge war nicht gut. Ich meine, Taichi und Yamato haben ja Takeru jetzt gesehen. Kaum hat Yamato ein paar Mal Takeru gerufen, haben sie eine dunkle Macht gespürt, die von Velgrimmon ausging. Sie sind dann da abgehauen, Velgrimmon hat sich Takeru geschnappt und Bultmon einfach getötet. Ja gut, okay, Velgrimmon ist die Finsternis, der kann drauf scheißen, aber hätte man Bultmon nicht vielleicht noch gebraucht? Es war eigentlich nur, um zu zeigen, wie mächtig Velgrimmon ist. Das habe ich auch am Anfang noch geglaubt, weil ich eigentlich der festen Überzeugung war, dass wir jetzt auf Angemon in dieser Folge treffen und Angemon Velgrimmon besiegen wird, weil Licht und Finsternis halt. Gleich darauf tauchte kurz Megadramon auf, das fand ich irgendwie lahm, weil das Digimon haben wir dann ja nun doch schon öfter gesehen. Dann gab es einen kleinen Szenenwechsel in die reale Welt. Koshiro hat immer noch versucht, mit Taichi Kontakt aufzunehmen, das hat nicht geklappt, aber er hat dann auf einmal Kontakt zu Tentomon und den anderen drei Digimon aufgebaut. Sora war auch dabei, Mimi und Joey leider nicht, denn die haben sich ja verspätet. Ich finde es okay, dass die anderen Digimon dann trotzdem noch vorkamen, dass wir jetzt auch wissen, wo sie sind. Sie sind halt in dieser Übergangswelt, also in diesem Netz, bevor man in die Digi-Welt kommt und wahrscheinlich sind sie, naja, warum sie da sind, wissen wir nicht, aber der Kontakt konnte vorher nicht hergestellt werden und brach auch wieder ab, weil da halt irgendwelche Virus-Digimon sind. Keine Ahnung, was das genau für Digimon sein sollen. Man hat da auch schon sowas wie so einen Kraken gesehen oder Tintenfisch halt. Gesomon kann es eigentlich nicht sein, das hatten wir ja schon. Ein paar meinten auch, dass es Kalmaramon sein könnte, wäre durchaus möglich. Vielleicht ist es auch ein ganz neues Digimon, aber jedenfalls das verursacht halt Schäden und deswegen überall auf der Welt spielt halt das Internet verrückt. Und ja, mal gucken, ob diese anderen vier Kinder plus ihre Digimon dann vielleicht auch demnächst noch ein paar Folgen bekommen, in denen Taichi und Yamato am besten gar nicht vorkommen. Leider war diese Szene in der realen Welt sehr kurz, denn dann ging es halt wieder zu Taichi und Yamato. Ihre Digimon sind aufs Ultra-Level digitiert und Metal-Greymon ist da natürlich Velgremon hinterher geflogen und war schon fast schneller als dieses. Finde ich irgendwie lächerlich, kann ich mir nämlich nicht vorstellen. Dann gab es so eine kleine Anspielung auf den Kampf damals der beiden Ultra gegen Venomiotismon, denn Veregarurumon hatte eine Idee. Metal-Greymon hat den Giga-Destroyer eingesetzt und er ist halt auf der Rakete mitgeflogen, um schneller zu Velgremon zu kommen. Warum aber der Giga-Destroyer dann irgendwie so eine komische Kurve flog, um der Attacke von Velgremon auszuweichen? Finde ich absolut absurd, weil warum? Und dann hat er halt eben mit dem Treddent-Arm hat er halt Velgremon festgehalten. Die Idee finde ich ja nicht schlecht, aber dass Velgremon nicht mal versucht hat, diesen Arm abzuschütteln oder auszuweichen. Das Digimon war einfach nur Kanonenfutter, ehrlich gesagt. Das finde ich schade, weil Velgremon, naja, es tauchte nur in Frontier auf. Jetzt hat es seinen zweiten Anime-Auftritt und das ist halt nur blöd. So, und dann total übertrieben, Yamato rennt auf diesen Treddent-Arm, obwohl sie mitten in der Luft sind und sich bewegen und das wackelt und darunter stürzen und sterben könnte. Aber jo, der ist todesmutig und rennt da lang, nur um eben zu seinem Bruder zu gelangen. Aber ja, Masaru ist immer nur übertrieben, aber diese Kinder hier natürlich überhaupt nicht. Und dann versucht er, Takeru zu befreien, aber da ist dann natürlich so eine dunkle Energiekugel und er hat Schmerzen und so, aber das ist scheißegal. Er hält diese Schmerzen durch und versucht, diese Barriere zu durchbrechen. Dann geht's die ganze Zeit Takeru, Bruder, Takeru, Bruder und es zieht sich ewig lange. Und ja, natürlich hat er es dann geschafft, mehr oder weniger, diese Barriere zu durchbrechen, indem Takeru halt aufgewacht ist und weil man natürlich dann auch die Wappenleuchten gesehen hat und Angemon, dass sich mehr und mehr von seinen Ketten befreit. So, während Yamato versucht hat, Takeru zu befreien, hat Velgremon immer wieder mit seinen dunklen Federn angegriffen. Aber das hat Yamato nicht gestört und Vera Garurumon hat die einfach weggeschnippt und Metal-Greymon und Taichi hat das auch nicht gestört. Die wurden zwar getroffen, aber es war scheißegal. So, eigentlich hatte ich ja wirklich gedacht, nach wie vor, dass es jetzt soweit ist, dass Metal-Greymon und Vera Garurumon absolut nichts ausrichten können und Angemon dann eben kämpft und wir es auch in Action sehen dürfen und dass es dann Velgremon besiegt. Was ist aber passiert? Ja, Velgremon hat dann erstmal eine Laserstrahle eingesetzt, der hat dann natürlich ein bisschen Schaden angerichtet. Anschließend hat er Takeru wiederentführt. Ja, toll. Aber dann tauchte halt eben Angemon auf, der Takeru dann gerettet hat. Anschließend hat er die beiden Ultra-Level-Digimon geheilt und die haben Velgremon dann erledigt. So, das fand ich irgendwie sehr langweilig, vor allen Dingen, weil Metal-Greymon drei Attacken einsetzen durfte und von Vera Garurumon, wir erinnern uns, er konnte in Digimon Adventure ja auch Garuru kick, das hat er ja auch gegen Venomiotismon eingesetzt. Aber nein, das ist immer nur eben Wolfskralle, also Kaiser-Nail ein. Immer und immer und immer wieder. So, nachdem Angemon dann Takeru halt gerettet hat, hat er ihn auf den Arm, lächelt ihn an und auf einmal löst er sich auf, weil er ist tot. Okay? Ich meine, ja gut, wenn man ja im Prinzip bedenkt, dass er ja da festgehalten wurde und es irgendwie geschafft hat, sich zu befreien, aber mein Gott, er heilt die nur und dann ist er tot und dann taucht er als Digi-Eye auf, wird aber dann auf einmal von Skull-Nightmon gestohlen. Und ich muss sagen, ernsthaft, ja, ich tue es natürlich, weil es ist logisch. Wenn ich mir das so angucke, als Angemon damals zum ersten Mal aufgetaucht ist in Digimon Adventure, das war eigentlich eine coole Szene, weil Patamon vorher die gesamte Zeit über nicht digitiert ist. Dann hat er noch die Kräfte der anderen Digi-Vices mit aufgenommen, hat dann eben alles eingesetzt, um Devimon zu besiegen und ist dann gestorben. Und da hatte ja Takeru schon teilweise so eine Freundschaft und Partnerschaft mit Patamon aufgebaut. Das war ja schon mindestens eine Woche oder sowas. Da kann man davon reden, dass er dann traurig war, als Angemon gestorben ist. Hier dagegen heult er, obwohl er Angemon nicht mal kannte. Was ich allerdings zumindest noch gut fand, war, wie Takeru das Digi-Vice bekommen hat, weil das ging erst, nachdem er und Angemon die Hände berührt hatten. Das fand ich dann noch in Ordnung, weil man sagen könnte, dass die Partnerschaft so akzeptiert wurde oder bestätigt wurde. Ja, aber sonst hoffe ich eigentlich dadurch, dass Skylightmon das Ei gestohlen hat, dass das in der nächsten Folge ehrlich gesagt ein würdiger Gegner wird, dass es auch ein paar mehr Sätze hat und dass es nicht nur Kanonenfutter wird. Durch und durch war ich von dieser Folge eigentlich enttäuscht. Ja, und die Vorschau auf die nächste Folge, da ist es natürlich so, dass Taichi erstmal auch wahnsinnig übertrieben ist, ja, übertrieben als Masaru, und dass Metallgrämon offenbar wohl digitieren wird. Jetzt ist aber die Frage, zu was? Wird er schon Wargrämon, der hundertprozentig irgendwann vorkommen wird, da wir ihn ja schon in Rückblicken und so gesehen haben und er auch im Opening zu sehen ist, wird er vielleicht aber auch erst einmal eine Art dunkle Digitation wieder vollziehen, dieses Mal aber zu vielleicht Blitzgrämon, denn in Japan kommt ja jetzt ein neues Starterdeck raus und da ist Taichi drauf und auch Blitzgrämon. Wäre in dem Punkt gar nicht mal so schlecht, das wäre mal was anderes oder wird es eventuell Scheingraymon, ich mag Scheingraymon zwar total, aber ich finde, das sollte jetzt nicht so sein, dass ein Adventure-Argument zu Scheingraymon digitiert. Das brauche ich dann ehrlich gesagt nicht. Würde er sowieso lächerlich dargestellt bestimmt, weil es dann total schwach ist und hinterher gesagt wird, Wargrämon ist viel stärker oder sowas. Naja, aber gut, das sehen wir dann ja nächste Woche. Jetzt meine Fragen natürlich zu dieser Folge an euch. Ja, wie hat euch das gefallen, wie Takeru und Angemon aufeinander getroffen sind? Wie hat euch Angemons erstes Treffen gefallen und findet ihr es okay, dass es dann eben wieder zu einem Digi-Ei geworden ist? Was sagt ihr dazu, dass eben Metal-Greymon und Wäre-Garurumon alles gemacht haben und Metal-Greymon drei Attacken und Wäre-Garurumon immer nur selber einsetzt? Und was sagt ihr zu Velgrumon? Findet ihr, dass es ein berechtigter Auftritt war oder hättet ihr euch da mehr erhofft? Schreibt es mir wie immer in die Kommentare.